hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen stream hallo okay okay ein bisschen bildschirme schaffeln chat nach vorne holen und so vollständig analyse aufrufen sowieso weil ich immer wissen will wie es denn so über die zeit lief sage ich mal das ist immer ganz interessant also hallöchen smoky auf jeden fall schon mal ich hoffe du bist noch da und hast mich noch nicht verlassen das wäre schade ich sag mal fortsetzen ich höre auch jetzt gerade ihr müsst schreiben wenn die wenn der sound nicht passt oder so ich krieg das nicht mit ein bisschen blöd also es wäre echt hilfreich wenn ihr das schreiben würdet weil ich kann das nur raten sage ich mal okay da bin ich auch wirklich live nicht dass es wieder so kacke ist von wegen ich bin ich live oder so doch ich bin live das ist ja schön okay dann poste vielleicht noch mal schnell was ist denn das da hinten das werde ich gleich rausfinden ich poste nur noch mal schnell überall dass es jetzt losgeht dass die leute auch wissen was los ist leute so ok machen wir noch schnell twitter auf ich hoffe man das passt soweit ok so ich habe jetzt ok jetzt habe ich überall geteilt jetzt kann ich hier anfangen ah schön sie sieht mich hört mich und da ist sie auch was habe ich denn da hinten ich habe schon wieder vergessen ach das ist der monster laden ist der da auch sehr interessant wo ist das dann ist es da da will ich jetzt auch mal hoch was immerhin hier in kakariko na ja ich habe schon lange nicht mehr gespielt ich weiß ganz genau wie das alles noch geht ahne was ich glaube hier gibt es ein krok kann das sein wahrscheinlich muss man da wo wahrscheinlich muss man davon ganz unten hoch springen und schwimmen mache ich gleich mal werde ich gleich ausprobieren so aufsteigen ach das geht schon aus ja praktisch ich würde ich gerne mal den typ noch sehen nur nachts geöffnet ja das ist ja praktisch äh karte ich markiere mir den mal ach so toll super bin extra wegen dir da hingegangen jetzt haust du ab ey das ist ja hast du da noch worte für hast du da noch worte für so als würde ich gerne den höchsten berg bin ich hier finden kann hoch er sieht doch gut aus naja den nehme ich bin sicher ich muss hier von irgendwo oben einfach runter springen ich weiß noch nicht von wo wait da war da war ein fisch doch nö ich will dich haben du dich will dich haben komm her yeah ich habe den drei farb karpfen habe ich gefangen so gut in dem spiel ey aber ich bin mir sicher ich muss da irgendwie reinfallen ach das sind die dinge als dachte ich krock oder sogar nein schauen wir mal wie man das hinkriegen vielleicht kann sich auch viel weniger gehen muss einfach mal von hier rein springen kann genauso sein als ob das schon reicht ja ich habe dich entdeckt okay das war easy ja ja tschüssi 20 oh jetzt könnte ich mir einen zusätzlichen wasmslock glaube ich kaufen sehr nice was wollte ich denn jetzt machen ich wollte jetzt heute wollte ich glaube ich endlich mal wächter killen ne oder es zumindest probieren wahrscheinlich sterbe ich aber ach da ist ein schrein ja okay da gehen wir jetzt nicht hin ich bin so tot glaube ich ich werde so sterben ich bin mir absolut sicher dass ich das nicht überleben werde aber egal ich werde es einfach ein bisschen üben dann geht das schon am besten will ich hätte gern die wächter rüstung ein bisschen abgegradet dass ich richtig fett schaden tanken kann und nicht mehr gleich so umgebracht werde das wäre voll geil okay hm hab ich mal erwähnt dass es eigentlich normal ist wenn es in diesem spiel regnet ah ne das ist sogar schon wieder gewitter ah das ist ja praktisch weil meine rüstung ist glaube ich mal wieder absolut ach der ist aus holz der ist aus holz das ist ja auch nicht schlecht ja was ist denn jetzt so der billigste bogen nicht haben kann du bist der billigste nicht elektrische bogen oh Gott jetzt kannst du mich schon mal nicht mehr holen hi michi das ist doch hier irgendwo links das ist genau die andere seite hier der scheint noch zu leben also da der doch muss gleich das ist hier irgendwo ja okay da gehe ich dann gleich hin oder ist auch noch einer ah wir sind hier wir sind hier ja das ist ja praktisch das ist ja praktisch das versuche ich mal fuck das hat ja super funktioniert also noch einmal das war jetzt ausgewichen oder abgewehrt oder was scheiße mist und die expression hat mir sogar auch nochmal ja komm steh auf du loser hoppala du sollst aufstehen freundchen was ist das schon wieder für ein kack ja ich werde das mal ein paar mal üben müssen so geht das okay ich war wieder zu nah dran ich brauche ja ich kille doch gerade fast Wächter ja egal das mache ich nochmal zwei Schilde sind zu viel für diesen Lappen doch ich muss das noch ein bisschen üben ich will das echt ich brauche das Timing dafür muss ich die killen aber dafür brauche ich Schilde und wenn ich die ganze Zeit Schilde verliere ist das blöd deswegen äh mal gucken so wo war der da unten war der da brennt es schon wieder schön ach du scheiße nein guck ihn an was wieso denn das war doch genau richtig man ach ja scheiße komm steh auf steh auf komm steh auf das ist übrigens schon wieder zu schlecht das mache ich nochmal ja lol Link Link so wie hast du das jetzt geschafft ja du Held komm flieg nochmal auf die Schnauze pass zu dir ja aber ist mir scheißegal war zu schlecht nochmal so gut ich werde das jetzt an dir üben bis ich dich umbringe ohne dass du mein Soldatenschild kaputt machst ja und solange bis du jetzt mein Übungsobjekt und wirst immer wieder sterben du blödes Drecksteil so wobei der aber auch echt scheiße ist naja ein bisschen früher ist auch nicht richtig also jetzt zieht der ernsthaft ey das ist der steht ja total beschissen ey der steht extrem beschissen nein zu riskant oi 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 das zählt als abgewehrt okay ja das war verkackt also machen werde ich nochmal aber es wird besser ne ich was ne ist mir scheißegal ich bin im Menü und ich bin nicht gestorben ich hab nur die falsche Taste gedrückt ja ne ich übe jetzt mit dem weil der ist schwer wenn ich die schweren kann kann ich die leichten ja auch minimal wegbashen ah what the fuck man nö 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 das beim ersten mal okay ja alles klar genau der sieht mich schon hier ja was ist denn los mit dir Junge so geht das ja okay jetzt übe ich das noch 2-3 mal übe ich das noch 2-3 mal und dann kriege ich den hin das ist ich hab schon zu lange nicht mehr gegen die gekämpft ich sollte öfters Wächter killen so jeden Stream 1-2 Wächter einfach wegbashen das würde einerseits meinen Materialien sehr helfen und andererseits würde ich dann echt mal was können fuck man du scheiß Blitz was sollte das denn oh muss da echt einen Blitz einschlagen in dem Moment wo der schießt äh toll wie soll man den Timing üben wenn so einen scheiß Blitz einen fast umbringt ach man okay noch einmal weil es ist ja egal wie ich stehe oder was ich muss das Timing lernen und äh jetzt wäre so ein Safestead Modus geil wo du einfach Taste drückst und es wird zurückgedreht äh zurückgesetzt um ein paar Sekunden das wäre cool aber so muss ich es halt so machen das geht auch okay das hat geklappt noch einmal so dass das klappt aber ich merke ich darf nicht zu nah dran stehen darf nicht zu nah dran stehen okay ja ich weiß da gehe ich auch als nächstes hin ja genau bring dich ei dieses Spiel hat zu viel Regen und zu viel Gewitter es nervt einfach nur noch es nervt einfach nur noch jedes verdammte Mal egal wo ich hinlaufe es ist nur Gewitter das kotzt so an ich mein ja also wenn ich wenn ich mal raus gucke so wie es draußen aussieht mit dem Wetter da ist nicht jede 10 Sekunden Gewitter das dauert eher so weiß ich nicht 100 Jahre bis da mal ein Gewitter kommt wie gelingt wie gelingt dir das eigentlich Schaden zu tanken wie gelingt du hast ein Schild oben du Idiot der tankt Schaden wie geht das aber egal das ist mir das war jetzt nicht gut genug ich weiß ich habe viele Möglichkeiten zum Üben aber ich will jetzt erstmal den da halbwegs solide schaffen weil ich brauche nicht nach Schloss Heibel zu gehen wo es 100 Millionen von denen gibt das hat dann auch keinen Sinn deswegen kümmere ich mich erstmal um dich Alter wenn hier nochmal so ein scheiß Blitz runterkommt gibt es irgendeine Mod um Gewitter auszuschalten in dem Spiel komplett zu deaktivieren und Regen halb so sehr maximal ich hätte gern so 10% Regen das wäre cool ja gut gemacht Link gut gemacht okay fuck it ich nehme den jetzt ich nehme den jetzt koste was wolle ich nehme den jetzt das ist mir jetzt weil äh es hat ein paar mal geklappt üben werde ich es noch ein paar mal müssen dann wo ich gerade dabei bin äh trotzdem das ist ach okay du bist der stärkste in wonach sind die denn jetzt sortiert ich check's ich check die sortierung nicht egal jetzt bin ich maximal ausgerüstet ich mache Fortschritte ja ich bin mal nicht gestorben das ist was ich erreicht habe ich gehe mal davon aus dass mir jetzt ein Blitz treffen wird einfach weil es sonst nicht lächerlich genug wäre ja die nähern sich immer perfekt an das stimmt deswegen äh werde ich jetzt auch danach Wächterklatschen gehen aber halt in Schloss oder nicht in Schloss Hyrule aber nahe Schloss Hyrule was ist denn das doll was du sollst in die Richtung laufen du Held oh yeah finally das Gewitter ist weg hallo Julia schön ist die Welt ah du hättest gern Apfel wieder na den Krog nehme ich mir mit yeah wieder ein Krog es gibt zu viele von denen es gibt echt zu viele Krogs gut den nehme ich wieder mit danke trotzdem okay du möchtest den letzten Apfel nicht haben ist auch in Ordnung wo ist denn der Schrein da ist kein Schrein was soll da sein warum hab ich mir das markiert da sind nur lauter Gegner ja lol was mit nem Schwert hi du so Thema durch ja Link machen wir mal nicht okay da ist ein Krog es geht nur um so ein blödes Schwert für das Feuer Großschwert hab ich das jetzt gemacht seriously das Feuer Großschwert das ich schon habe als ob ey als ob ey oh ich könnte es da runterspringen aber das wäre riskant what hier ist ein Schrein in der Nähe ich hätte mich sogar anschleichen können an den das hier kacke hätte ich das gewusst hätte ich mich an den angeschlichen gut jetzt kann ich nicht Hammer und Schwert mitnehmen aber den rüste ich vielleicht nicht aus haltbarkeit plus oh das ist ja nice yeah ein Krog ja ich weiß wenn ich gegen zwei gleichzeitig kämpfe bin ich tot deswegen muss ich echt gucken so ja ja ich weiß ihr wollt jetzt gerne gegen mich kämpfen ich möchte nicht gegen mich kämpfen ändern den ändern wir auf hier gibt es eine Waffe weiß ich ja was los ist dann gehen wir zurück zum Turm tschüssi ihr war schön mit euch aber ich wollte jetzt nicht kämpfen okay müsst ihr verstehen okay ist eigentlich das Mastersort ein Einhänder ich habe das glaube ich schon mal gefragt ich frage es am besten nochmal wenn ich das Mastersort habe ist das ein Einhänder den könnte ich auch noch nehmen ich speichere jetzt auf jeden Fall nochmal dann gucke ich mal dass ich den da vielleicht auch noch wegkriege oh jetzt ist die Entfernung noch schwerer echt ich habe Schaden nein fuck 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 hör auf tu dein Schild weg oh weg scheiße ja komm steh auf aber hey ich nehme weniger Schaden das ist doch auch was was diesem Spiel echt gut tun würde wäre wenn es einfach kennzeichnen würde ob man zu früh oder zu spät ist ja du wolltest den jetzt nicht angucken oder nee nochmal wenn ich L drücke und da ist ein Gegner auf dem Screen dann solltest du den angucken das ist die Spielmechanik Link okay so funktioniert dieses Spiel es ist es ist echt nervig man ich meine von mir aus ist der Schaden ja mein Gott na komm her war so ungefähr richtig okay also es war ja 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 als ob du sollst ihn angucken ja ja Komm, steh auf. Ich check das nicht. Ich krieg das Timeline nicht auf die Reihe. Diesem Spiel fehlt ein Hinweis, ob man zu früh oder zu spät ist. Bin ich jetzt zu früh oder zu spät? Keine Ahnung, ich bin immer falsch. Das ist die Info. Das wäre mal hilfreich. Das hätten sie einbauen können. Damit man einfach weiß, Schildkontor, war das jetzt richtig oder falsch? Weil ich sehe ja irgendwie so, dass ich ungefähr richtig bin. Ich block es ja ab, ohne dass der Schild kaputt geht. Aber was das jetzt genau bedeutet, Okay, also ich bin scheinbar noch zu früh. Guck ihn an. Wow, wie ist mir das denn gelungen? Ohne den Autofokus, der nicht funktioniert. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich weiß es nicht. I don't care. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ah, just. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Bin zu früh, zu spät. Spiel, gib mir einen Hinweis. Gib mir irgendeinen Tipp. Warum geht das nicht? Ja, und es läuft überhaupt total scheiße, weil ich keine Ahnung habe, was ich falsch mache. Das ist... Ich meine, es ist cool mit dem Erkunden und alles, aber es wäre echt hilfreich, wenn man halt einfach einen Hinweis bekommen würde. So. Ja, ja. Komm, steh auf. Ah ja, und jetzt klappt das beim ersten Mal. Alles klar. Alles klar. Ich habe keine Ahnung, was das Problem ist. Ich weiß es nicht, wieso es jetzt beim ersten Mal geklappt hat. Ich meine, wahrscheinlich, weil ich jetzt genau im richtigen Abstand war. Guck ihn an. Okay. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Just, das ist jetzt der vierte oder fünfte, Versuch, der ich diesen Loser umbringen möchte. Also, das ist das Problem da dran. So. Aber egal. Mir wurde der Tipp gegeben, ich soll auf keinen Fall zu nah ans Schloss gehen. Äh. Ah ja, da hinten ist noch einer. Ansonsten. Oh, da haben wir ja schon das erste Opfer. Als ob mich so ein berittenes Arschloch sieht. Als ob mich ausgerechnet ein berittenes Arschloch sieht. Als ob mich ausgerechnet so ein verficktes berittenes Arschloch sieht. Was? Was habe ich denn für Pfeile, bitte? Na toll. Ja. Toll. Guck ihn an. So, hat er noch durch. Oh. Das hat ja gut funktioniert. Okay. Lol, was? Okay. Okay, es liegt wirklich an dir, Just. Das war bis jetzt fehlerfrei, seitdem du da bist. Und das ist beeindruckend. Das ist äußerst beeindruckend. Das ist äußerst, äußerst, äußerst beeindruckend. Gegen diese beiden Viecher hier hatte ich nicht größte Probleme. Also gegen die beiden, die da bei dem Turm warten. Gegen die habe ich nichts gerissen. Ist da oben ein Stein? Sieht fast nach Stein aus. Ah ne, sah nicht nach Stein aus. Schade. Da hinten ist noch irgendwas. Es ist definitiv kein stationärer Wächter. Äh, es ist definitiv kein wandernder Wächter. Ach so, ein paar Fässer. Ja, okay. Aber hier kann man doch angeblich immer untersuchen, ne? Bernstein. Na, nehm ich mit. Okay, nochmal untersuchen. Oh, cool. Sonst ist hier nichts mehr. Okay. So, okay. Okay. Schauen wir mal, wie lang mein Glück noch hält. Aber krass, dass doch so viele Wächter gestorben sind gegen die Soldaten. Die waren ja gar nicht so kacke scheinbar. Ah, da ist der Nächste. Jawohl. Kommen Sie mich. Oder warte, Sie mich nicht. Läu, sieht er mich jetzt echt nicht? Als ob. Ja, weiß ich nicht, wie viel er gerissen hat. Angeblich hat er ja ziemlich versagt. Hi, du. Hallo. Junge. Ja, ist heute nicht. Bisher klappt es ja echt, Mann. Scheiße. Haha, nein. Mist. Renn, renn, renn. Mist. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, du Loser. Steh auf. Renn, 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 renn. Renn doch einfach, du Idiot. Komm, jetzt nochmal. Okay, das ist der Punkt, wo ich nochmal mache. Ich werde den Soldatenschild nicht hergeben. Ähm. Okay, ich bin sehr gespannt mit den Erinnerungen. Die muss ich auch noch irgendwann mal anschauen und vor allem finden halt, ne. Das wäre eigentlich ein cooles Ziel, einfach diese Erinnerungen finden. Okay, Freundchen. Hast du mich gesehen? Komm her. 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 Komm her.